Das Kurfürst-Maximilian-Gymnasium, einstiger Hort der Gegenreformation. Um die Verbreitung des lutherischen Glaubens aufzuhalten, hatte Herzog Albrecht V. die Jesuiten nach Bayern gerufen. 1627 kamen Ordensleute nach Burghausen, um auch hier im Sinne der Gegenreformation zu wirken. 40.000 Gulden stiftete Kurfürst Maximilian I. 1629 für den Bau des Jesuites. Den Auftrag zur Bauausführung erhielt Isaak Pader, der bereits bei der Münchner Michaelskirche mitgearbeitet hatte. Als Standort wählte man das Gelände direkt an der Salzach. Hier stand früher ein Salzspeicher. Es entstanden eine Kirche, ein Gymnasium und ein Studentenwohnheim, ein sogenanntes Kollegium. Das Jesuitenkolleg von Burghausen gilt als das älteste Gymnasium Bayerns. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahr 1773 übernahmen Zisterzienser die Lehrtätigkeit. Mit der Säkularisation begann der Abstieg der Lehranstalt. Erst unter König Ludwig II. nahm die Zahl der Schüler wieder zu. Um zusätzliche Klassenzimmer zu gewinnen, zog man in den 1870er Jahren in den einzigartigen Kongregationssaal Wände und Zwischendecken ein. Die Einbauten wurden erst bei der Renovierung 1963 wieder entfernt. Heute gilt die große Aula im zweiten Stock als Schmuckstück. Wände und Decken sind mit Stuckarbeiten aus dem frühen Rokoko verziert. Die Fresken im Tonnengewölbe stammen von Innozenz Varati und zeigen Szenen aus dem Leben Mariens. An den Wänden finden sich Bildnisse von Männern, die wegen ihres gottgefälligen Lebens als Vorbilder gelten. Der Saal ist für seine außerordentlich gute Akustik bekannt und wird gerne für Konzerte und Veranstaltungen genutzt. Leider kann der Saal nur bei solchen Gelegenheiten besichtigt werden. Ludwig Thoma hat als Gymnasiast hier zwei Jahre die Schulbank gedrückt. Seine Erlebnisse inspirierten ihn zu einigen seiner Lausbobengeschichten. Einer seiner Lehrer, Gymnasialprofessor Heinrich Faltermeier, ging unter seinem Spitznamen Kindlein in die Literaturgeschichte ein. Das Kurfürst-Maximilian-Gymnasium ist heute ein musisches und sprachliches Gymnasium und hat ca. 400 Schülerinnen und Schüler.